Für uns geht's jetzt zu Naughty Boy und zwar ist das der Laden, wo es die ganzen guten Shakes gibt. Und da nehmen wir euch mit. Also bis dann! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Kim navigiert uns heute durch Melbourne, was gar nicht so einfach ist. Ich weiß, dass man Melbourne schon ein bisschen groß ist. Und ich Torf meinte nie vergessen habe. Deswegen muss sie das jetzt alles machen. Aber sie macht das ganz gut. Ich bin schon hier so kurz davon überzustellen. Nicht zu teuer. Ja. 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 Ja.